Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Chaos of the Ponyer Reloaded. Erstmal ein richtig dickes Sorry wegen der letzten Aufnahme. Und es ist echt erstmal... Ja. Ich habe jetzt wieder einmal dazugelernt. Okay, was ist dazugelernt? Es ist eigentlich schon etwas, was mir vorher klar war, aber... Ich habe echt meinen eigenen Regeln hintergangen. Nicht aufnehmen, weil ich mich scheiße fühle. Ja, Ergebnis ist rausgekommen. Ja, das ist jetzt eine Aufnahme. Richtig dickes Sorry. So, sprechen wir nochmal kurz mit dem Goon hier weiter. Da hat es ja abgebrochen. Ey, jo, was geht ab, Bruder? Ach du meine Güte. Na los, mach mit. Äh, Hippopurre? Übertreibs nicht. Du bist ein stinkender Penner und kein Schrottballprofi. Ah ja, das hatte ich ja fast vergessen. Ach ja, immer diese berühmten Nitzplayer. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Wir könnten ein bisschen Freestylen üben. Als Bewohner des Ghettos musst du nur ein Instrument beherrschen. Die Beatbox. Beatbox? Es ist ganz einfach. So. Achiu. 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 Und jetzt du. Um, achi. Um, um, achi. Rufus hat den Groove. Rufus hat den Groove. Yeah. Er ist cool, beliebt und plässig. Er kickt erst erfahrungsmäßig. Seine Pläne immer episch. Nicht kopierbar, weil genetisch. Er ist Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Er ist geiler, weil er steiler geht und stylespring wie ein Alper geht. Der kommt krass und ganz weit rum. Er ist bald auf Elysium. Rufus. Yeah, yeah, Rufus. Hey, hey, hey. Was, was, wie? Was soll das denn werden? Ja, ich dachte, ich baue mal einen Break ein. Das ist nicht denken, das ist sich in den Vordergrund spielen. Ach, scheinbar hat es überhaupt keinen Sinn, dir freestylen beidrinnen zu wollen. Dabei war der Song so gut. Henna. Oh, hat er nicht gesagt. Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Hast du zufällig ein Tauchboot hier vorbeikommen sehen? Nein, tut mir leid. Ich habe die Schnorchel-Ausrüstung wohl in meiner Winterresidenz gelassen. Zu schade. Äh, du hast gar keine Winterresidenz. Das war Sarkasmus. Du bist wohl ein Blitzmerker. Okay, nie wieder Sarkasmus. Henna benutzen nämlich keinen Sarkasmus. Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Kannst du mir etwas über Porta Fisco erzählen? Klar. Was möchtest du wissen? Wer wohnt in dem Zelt? Wer wohnt in dem Zelt? Oh, das ist das Zelt des Seers. Ein erstaunlicher Kerl. Man sagt, er kann die Zukunft voraussagen. Die Kurse von Grundstückswerten am Immobilienmarkt kennt er schon mal nicht. Früher einmal war er ein reicher Mann. Es hieß, er könne sogar Lottozahlen voraussagen. Aber sein Geschäft läuft wohl nicht mehr so gut. Darum hat er auf Partnerberatung umgesattelt. Er gibt Beziehungstipps? Ja, warum nicht? Er hat die idealen Voraussetzungen dafür. Ein abgeschlossenes Psychologiestudium. Eine Glaskugel. Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Wie komme ich zur oberen Aufstiegsstation? Äh, gar nicht. Der Organon hat alle Wege zum Aufstiegszoll abgeriegelt. Okay. Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Weißt du, wo ich den geheimen Unterschlupf der Rebellen finde? Äh, na klar. Der Eingang ist direkt hier in der Kanalisation. Ich meinte den geheimen Unterschlupf. Ich, äh, ich kenne nur den hier. Okay. Ist Portafisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Ist Portafisco nicht auch eine Niederlassung des Organon? Es ist sogar die zentrale Hauptverwaltung. Ulysses hat sein Büro direkt am Aufstiegszoll der oberen Aufstiegsstation. Seit jeher gehörte es zu den Aufgaben des Organon, Deponianern von den Hochbooten fernzuhalten. Nun ist nur noch eines übrig. Und man munkelt. Es würde den Planeten schon sehr bald verlassen. Wer weiß. Vielleicht verschwindet dann auch endlich der Organon aus Portafisco. Dann würde ganz Portafisco einen Luftsprung machen. Ja. Mehr als du denkst. Äh, bitte was? Äh, beim Gähnen verrenkt. Hm. So langweilig fand ich die Geschichte jetzt gar nicht. Lass uns das Thema wechseln. Lass uns das Thema wechseln. Dieser Ort deprimiert mich irgendwie. Jaja, das kann ich gut verstehen. Mich deprimiert Portafisco schon mein ganzes Leben lang. Ja, aber du bist nicht so wichtig. Warum ist es bei dir weniger schlimm? Okay. Ich riech dich später. Ich riech dich später. Denk dran, was ich dir beigebracht habe. Logen, Digga. Hm, okay. Noch ein Tipp. Niemand mag Klugscheiße. Gut, dann gehen wir jetzt mal rüber. Zur... ...geheimen Lager. Also geheimen Unterschupf der Rebellen. Ja? Ich bin's, Rufus. Bist du nicht. Wenn du Rufus wärst, wüsstest du das geheime Klopfzeichen. Weiß ich ja auch. Und es beginnt mit einem D, richtig? Ha, viel Glück. Ähm. Eins, zwei. Falsch. Aber... Falsch. Verdammt. Hm. Nee, nicht überspringen. Verlassen. Plus, Minus, Plus? Was soll das denn schon wieder? Ich kann zwar dramatische Vorzeichen klopfen, aber mathematische... Warte mal. Moment. Plus, Minus, Plus? Ich klopfe vor, er klopft. Ah, ich hab's schon verstanden. Wir müssen jetzt quasi in den gleichen... ...so in der Richtung klopfen. Lass mal. Eins, zwei, drei. Klopfen. Plus eins sind vier. Also, wir müssen jetzt viermal klopfen. Zwei, drei, vier. Vier minus drei ist eins. Und jetzt müssen wir fünfmal klopfen. Weil jetzt haben wir eins plus vier. Hey, das war ja tatsächlich richtig. Natürlich war das richtig, du Morschbirne. Rufus, bist du das etwa? Was machst du denn da draußen? Tja, wenn ich das wüsste. Vielleicht klopfe ich einfach gerne. Komm rein. Janosch wartet auf dich. Jawohl. Rufus, sehr gut. Das ist ja nicht nur schlecht, was du hier aufgebaut hast. Ja, die Rekordierung läuft hervorragend. Ich glaub, ich hab mein Charisma unterschätzt. Nö. Oder die Tatsache, dass sich niemand gerne in die Luft sprengen lässt. Pony, du? Rufus? Ah, ihr kennt euch bereits. Nummer 26. Das hier ist Nummer 2. Unser spiritueller Anwührer. Rufus ist Nummer 2? Das kann nur ein Witz sein. Genau. Warum bin ich nur Nummer 2? Wir haben inzwischen mehr als 25 Leute für unsere Sache gewinnen können. Also 26. Genau. Da sind allerdings auch die drei abgerichteten Delfine schon mitgeschält. Also beschwär du dich noch einmal über deine Nummer. Er richtet Delfine ab? Das ist mein Job hier. Was dagegen? Es schimmt dort Bildo Delfine. Okay. Dass unter Tonis Obhut selbst niedliche Delfine zu blutrünstigen Mordwaffen werden, läuft nicht mehr ein. Aber wozu das Ganze? Was nutzen abgerichtete Delfine bei dem Versuch, einen Fahrstuhl in den Orbit zu kackern? Man muss halt nehmen, was man kriegen kann. Was offenbar insbesondere für spirituelle Anführer gilt. Zuerst wollten wir Flugdrachen haben. Aber das hat sich als vataler Wildschlager erwiesen. Ich hab's Nummer 27 von Anfang an gesagt. Aber er wollte einfach nicht hören. Ja, schön. Tony. Na, sieh mal an, wer mir dahinter hergelaufen kommt. Tja, meiner magnetischen Anziehungskraft konntest du eben noch nie widerstehen. Mach es bitte kurz, ja? Ich habe hier eine Aufgabe, die meine volle Konzentration erfordert. Delfine hüten. Einen Brechreiz unterdrücken. Ah, schön. Was machst du hier überhaupt? Was machst du hier überhaupt? Dich könnte ich ja wohl dasselbe fragen. Wolltest du nicht mit dieser Gabi nach Elysium reisen? Sie heißt Goal. Und wo ist Goal? Ist sie bereits einem deiner brillanten Manöver zum Opfer gefallen? Hast du sie aus Versehen aus einem brennenden Heißluftballon geworfen? Weit gefehlt. Es war ein Notboot. Oder sie sogar in Einzelteile zersägt? Nicht im wörtlichen Sinne. Goal wartet draußen. Und sie ist wohl auf. Zumindest zu zwei Dritteln. Sie kann einem nur leid tun. Wie bist du hier gelandet? Wie bist du hier gelandet? Du wusstest ohne mich wohl nichts mehr mit dir anzufangen, was? Tja, ich wachte eines Morgens auf und stellte verwundert fest, dass es in der ganzen Wohnung keinen einzigen Brand zu löschen gab. Ich musste kein Dach neu decken, keine Zahnpasta aus den Heizungsrohren holen, keine verwundeten Nachbarn verarzten. Es bestand nicht einmal die Notwendigkeit, einen Gnu aus der Küche zu verscheuchen. Und da packte dich die Sehnsucht nach mir. Und da erinnerte ich mich daran, dass ich seit Jahren keinen Urlaub mehr gemacht habe. In Bosa Westwark hörte ich dann Gerüchte von einer Rebellion gegen den Organon. Das hat scheinbar mein altes Rettersyndrom getriggert. Du und ein Rettersyndrom? Wenn überhaupt, dann hast du ein Prinzessinnenentführen und mit Feuerbällen auf Retterwerfensyndrom. Nenn es wie du willst. Ich dachte nur, dass meine Erfahrung im Bergen von Explosionsopfern nützlich werden könnte. Tja, du hast mir so einige Fähigkeiten zu verdanken. Kann ich nicht mal bestreiten. Schön, dass du da bist. Verpiss dich. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Ob du es glaubst oder nicht, ich bin der Anführer. Oh, Himmel. Es ist genau wie in meinem Albtraum. Also träumst du immer noch von mir. Ich war sogar in Therapie deswegen. Tja, so gerne ich über deine mich bezüglichen Fantasien sprechen würde. Dein Traummann hat eine wichtige Mission. Du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Du wirst nicht glauben, was mir alles passiert ist. Lass mich raten. Du warst schon fast in Elysium und dann ist dir wieder einmal deine Gutmütigkeit dazwischen gekommen. Woher weißt du das? Weil das Gespräch jedes Mal so abläuft. Als nächstes sage ich dann, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Und du sagst... Aber diesmal war es wirklich so. Exakt. Und auch wenn du gleich das Gegenteil behaupten wirst, du wirst dich nie ändern. Das Delfinbecken müsste mal wieder geputzt werden, Rekrut. Bitte was? Ich hoffe doch, ich habe mich verhört. Aber Toni, ich bin immerhin der Anführer. Ich muss darauf achten, dass hier alles seinen geordneten Gang geht. Und ich kann dich unmöglich bevorzugen, nur weil wir mal zusammen waren. Das ist doch... Gibt es Probleme, Uwus? Ich glaube, du hast deine Mannschaft nicht im Griff, Janosch. Nummer 26 hier wollte mir doch tatsächlich gerade widersprechen. Tatsächlich? Ich darf doch wirklich sehr bitten, Nummer 26. Wenn der Chef etwas anordnet, dann hast du Wolltenschuleischt. Aber... Kein aber, Rekrut. Oh, ein Ei-Chef. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich habe mich geirrt. Das hier ist deutlich schlimmer als mein Albtraum. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Zum Meeting trinke ich meinen Kaffee übrigens schwarz, Rekrut. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Janosch! Rekrut! Bei euch piept's wohl! Ich bin doch nicht euer... Rekrut! Und nichts verschütten, Rekrut. Du schaufelst dir dein eigenes Grab. Ja? Egal. Was ist es wert? Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze guttun, Rekrut. Ich glaube, dir würden ein paar Liegestütze guttun, Rekrut. Überspann den Bogen nicht. Wir sind im Bürgerkrieg, Toni. Jede deiner überschüssigen Speckröllchen hier kann den Tod eines Kameraden bedeuten. Hm. Hm. Du, Mies, a... Mwah! Uh oh! Huh! Fika! Huh! Huh! Du wargänzt bei ein Ugly Dragon! Wer bist du? Riks? Ristow? Huh! 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 Okay! Huh! 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 Was können wir hier noch alles nehmen? Gerümpel, Delfiner, Gulli. Wir spielen jetzt mal mit Janosch. Hey, Janosch! Ah, Ruvusch, du dem Organon und so. Wie hast du es geschafft, in kurzer Zeit so viele Leute zu mobilisieren? Wie hast du es geschafft, in der kurzen Zeit so viele Leute zu mobilisieren? Ich glaube, sie haben sich einfach daran gewöhnt, einen Planeten unter den Füßen zu haben. Außerdem habe ich ihnen die Shirts mit lustigem Aufdruck versprochen, weil ich wie erwoll kam. Was treibt Toni denn hier? Was treibt Toni denn hier? Du Genscht Nummer 26? Sie hat sich der Rebellion angeschlossen, weil irgendwer ihr Heimatdorf verwüchtet hat. Ja, ich weiß. Der Organon. Nein, nicht der Organon. Irgendwer namens Vervicte Gattdonne. Nie gehört. Was hat es eigentlich mit diesen Torpedodelfinen auf sich? Was hat es eigentlich mit diesen Torpedodelfinen auf sich? Cool, nicht wahr? Wenn du sie brauchst, sprich mit Nummer 26. Aber erwarte nicht zu viel. Ich musste die Torpedo-Ausrüstung verkaufen und für alle Bitschatschuhe stellen. Verv, du hast die gesamte Torpedo-Ausrüstung verkauft? Du hast die gesamte Torpedo-Ausrüstung verkauft? Ja, im Gadget-Shop auf dem schwimmenden Schwassmarkt. Der Schobomat hat mir Feuerweste-Einlegescholen als Bonus draufgegeben. Okay. Donner ist untergetaucht. Donner ist untergetaucht. Hm. Da wünschte ich was, ich hätte die Torpedo-Ausrüstung nicht verscherbelt. Andererseits war die Bitscha auch schier lecker. Okay. Ist es nicht etwas zu riskant, direkt unter der Nase des Organons zu operieren? Ist es nicht etwas zu riskant, direkt unter der Nase des Organons zu operieren? Apropos, du hast da ein Popel zu hängen. Ein Bobel? Ick, gidi, gidi. Aber das ist genau der Punkt. Direkt unter der Nase kann man nichts sehen. Und riechen will hier in der Kanalisation auch niemand. Uns gehen sogar langsam die Tuchbäume aus. Okay. Ich geh dann mal Tauchboote jagen. Ich geh dann mal Tauchboote jagen. Du das. Viva la Revolution. Okay. Du Scheiße. Äh. Hallo? Oh, hallo. Noch ein neues Gesicht. Bist du auch einer von Janos kleinen Freunden? Na hören sie mal. Ich bin der Anführer einer Rebellion gegen den Organon. Natürlich bist du das. Möchte unser trotzbarer Anführer denn auch einen Orangensaft? Vielleicht später. Haben sie zufällig etwas Katzenfutter? Leider nein, mein Junge. Ich wollte vorhin etwas zubereiten. Aber die nette junge Dame hat mich darauf hingewiesen, dass die jungen Belfine nicht zu den Vorräten zählen. Welche nette junge Dame denn? Na ihr? Soll euch der Onkel Rufus ein paar Kunststücke beibringen? Hm? Nein. 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 Wie sie sich freuen. Tschüss. Die Delfinbabys haben ihr Becken direkt neben der Durchreiche zur Kantine? Ist das nicht ein bisschen riskant? Ich konnte ja nicht wissen, dass du hier auftauchst. Aus Delfinbabys macht man doch Katzenfutter, oder? Wenn dem Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Das war kein Nein. Ja gut. Gehen wir mal nach hinten. Einmal den Gudi Deckel zum Mitnehmen. Ja. Das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Wow. Hm. Verdammt. Mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Gut. Dann gehen wir mal wieder. Was haben wir hier? Klappe. Alter Antriebschab... Da können wir nichts mehr machen. Oh. Stromumkehrer. Den können wir bestimmt gebrauchen. Okay. Gehen wir mal die hin. Weichenberg. Der Organon hat offenbar die ganze Stadt abgeriegelt. Ich würde das ja als Herausforderung werten. Leider habe ich im Moment andere Sorgen. Glück gehabt, Organon. Da ist sie. Die obere Aufstiegsstation. Irgendwo dahinten liegt das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker. Okay. Können wir noch irgendwo hinfahren? Ja. Es wurde aber einfach so gesagt. Äh. Ähm. Hier ist ja schon der Schwarzmarkt. Fahren wir mal hier hin. Äh. Bei tiefen Wetter über den Weiten des Ostroten Meeres. So ein Mistwetter. Wir sollten zusehen, dass wir hier so schnell wie möglich sind. Dann kann ich fertig werden. Die Kruste auf meinem Mantel beginnt sich schon aufzulösen. Ja. Lecker. Dieselgenerator. Hier gibt es einen Tank für Dieselöl. Autsch. Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Dann brauchen wir wieder Zucker. Ein kaputter Sender. Eine Pumpe. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Hm. Funkmast. Ha. Dann wollen wir mal. Okay. Aua. Also hier kommen wir dann auch nicht weiter. Hier ist eine Goal. Wo konnten wir noch hin? Hier konnten wir hin. Wie jetzt? Das soll der Pol sein? Da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Was für eine Enttäuschung. Ein Schneehofen. Ich sollte mir ein bisschen davon mitnehmen. Hm. Vielleicht bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuseifen. Okay. Ein Schlauch. Mist. Der Wasserhahn ist zugeeist. So viel zu meiner Idee mit der Schlittschuhbahn. Hm. Ein Klingel. Mist. Der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Hm. Der Nordpol. So eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich irgendwas, um das Eis zu schmelzen. So eine Art, weiß auch nicht, transportables Feuer. Mist. Hm. Ein Schild. Das Schild ist größer als der Pol. Was haben wir hier noch? Polarstern. In Kuva konnte man das letzte Mal die Sterne so klar sehen, als ich neun war. Ich hätte wohl nicht den Filter aus dem städtischen Müllverbrennungsgenerator ausbauen sollen. In Kuva konnte... Ich hätte wohl... Okay. Hier kommen wir auch nicht weiter. Oh. Ein Tee. Vorsicht. Der Tee ist heiß. Höre ich da eine Herausforderung? Nein, ich... Au. Ah. Verdammt. Ich habe dich ja gewarnt. Vielleicht mit was Eis am Apfel. Was machst du da? Eistee. Aber der Tee war doch gegen die Kälte. Na und? Ich bin ja auch gegen Nahrungsmittelverschwendung und musste trotzdem zusehen, wie du die Pommes weggeworfen hast, die ich dir nachts in die Nase gesteckt habe. Jetzt sollte es gehen. Tu es nicht. Der Tee ist... Heiß? Wohl kaum. Nein, ich meinte ja auch... Oh oh. Ähm. Na... Es stimmt wohl, was man sagt. Man kann das Schmelzen der Pole einfach nicht aufhalten. Er hat bestimmt nichts dagegen. Das ist glaube ich eines der widerlichsten Sachen in ganz der Pole ja. Kann man jetzt hier irgendwie den Wasser auftauchen? Oso's Kutter käme gleich viel lässiger, wenn überall Flammen aus den Armaturen züngeln würden. Ich behalte diese Idee mal für das furiose Finale im Hinterkopf. Okay. Okay, denn... Die Klingel wenigstens. Oso's Kutter käme... Mist. Kein Wunder. Aber sonst haben wir hier auch gar nichts, ne? Schlau, Fernbedienung. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Stopp für heute. Ich hab dir das heute erstmal ein bisschen länger gemacht, wegen dem Fiasko von der letzten Folge. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.